Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Zwangsfrei.de. Mein Name ist Heiko van Deven. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach und Persönlichkeitstrainer. Meine Motivation, Menschen mit Zwangsstörungen zu helfen, begann als mein eigener Sohn von Zwängen betroffen war. Ich konnte ihm schnell helfen und so die Basis für meine heutige Arbeit legen. In meiner täglichen Praxis begleite ich viele Patienten mit Zwangsstörungen auf ihrem Weg zur Heilung. Dabei setze ich auf die von mir entwickelte Back-to-Memory-Therapie, die gezielt darauf ausgerichtet ist, Zwänge zu überwinden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstag und ich möchte dir dabei nicht nur wirksame Strategien und Methoden näher bringen, sondern auch Hoffnung geben, denn Heilung ist möglich. Wenn du Fragen hast oder meine persönliche Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, besuche gerne meine Homepage unter www.zwangsfrei.de. Dort kannst du über ein Kontaktformular oder sogar mit einem Klick über WhatsApp vertraulich und diskret Kontakt zu mir aufnehmen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zurück hier in meinem Podcast Zwangsfrei.de. Ja, es liegt ja jetzt eine größere Pause zwischen diesem Podcast und den letzten und ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass das jetzt so lange gedauert hat, denn ich hatte schon geplant, jeden Donnerstag einen neuen Podcast zu erstellen, was ich auch jetzt in Zukunft machen werde. Aber es ging jetzt dann darum, dass ich meine BTM-Therapie, die ich jetzt schon über ein paar Jahre so anwende, in Buchform bringe. Und das war schon ein größeres Projekt. Das Ganze, was man so tagtäglich macht, aber oft gar nicht weiß, wie man es macht und was genau die Hintergründe sind, dass man wirklich für einen selber sich nochmal bewusst zu machen und aufzuschreiben, so dass es dann auch ein anderer bei sich anwenden kann. War eine spannende Reise und ich bin jetzt fertig damit. Habe das Buch jetzt im Lektorat. Das dauert noch eine Zeit lang und dann wird es auch gedruckt. Muss mit dem Verlag mal noch was absprechen. Aber dann ist es auch käuflich zu erwerben. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, habe da sehr viele Infos reingebracht, bin mal gespannt, wie es ankommt. Ich mache jetzt auch noch ein Videoseminar begleitend, aber ich werde trotzdem auch in dieser Zeit jetzt auch weiterhin Podcasts machen. Ist halt manchmal doch ein bisschen viel, wenn man seine Praxis offen hat, jeden Tag. Und wenn man dann auch noch andere Dinge zu erledigen hat und auch noch eine Familie hat, mit der man auch mal gern was unternimmt, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber jetzt, wo das Buchprojekt erstmal abgeschlossen ist, zumindest das im Lektorat ist und die weiteren Schritte auf sich warten lassen, habe ich wieder Zeit, auch neue Podcasts zu machen. Ich versuche es wirklich regelmäßig, jeden Donnerstag dann auch hochzuladen. Und falls das mal nichts werden sollte, aus Zeitgründen werde ich das aber auch dann rechtzeitig kommunizieren. Gut, in diesem Podcast geht es ja darum, ob es möglich ist, eine Zwangsstörung in 20 Minuten zu heilen, so wie das bei meinem Sohn der Fall war. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass die Zeit, die man braucht, um eine Zwangsstörung aufzulösen, eigentlich egal ist. Viel wichtiger ist der Aspekt, dass man eine Zwangsstörung wirklich heilen kann. Denn ob man da jetzt eine halbe Stunde braucht oder 5 Sitzungen oder vielleicht sogar 20 Sitzungen, ist eigentlich egal. Wenn man danach ein Leben lang frei ist, dann hat sich das Ganze rentiert. Wie du weißt, wenn du vielleicht selber betroffen bist, gibt es ja keine wirkliche Lösung, die zur Heilung führt, zumindest von der Schulmedizin. Deswegen ist das Wissen darüber, dass es das gibt, schon revolutionär. Und wie gesagt, dabei ist es unerheblich, wie lang diese Auflösung dauert. Ich hatte nie mehr einen Fall, in dem ich es schneller geschafft habe, als diese 20 Minuten, Viertelstunde bei meinem Sohn. Aber das hat auch gewisse Gründe. Wenn du meine anderen Podcasts schon gehört hast, dann weißt du ja, dass eine Zwangsstörung nicht durch Erbgut, durch Veranlagung oder sonst irgendwas ausgelöst wird, sondern, dass ja ein Verhalten, das man im Zwang zeigt, ganz egal, ob das eine Kontrolle ist oder dass man sich die Hände wäscht, dass der Grund dafür ist, dass man etwas fühlt, dass man Ekel fühlt beim Waschen, dass man Unsicherheit spürt vor der Kontrolle, also dass ein Gefühl der Auslöser dafür ist, dass man gewisse Handlungen macht. Die zweite wichtigste Erkenntnis ist, dass es kein Gefühl ohne Grund gibt. Immer wenn du etwas fühlst, muss dem Gefühl etwas vorausgegangen sein. Wir können keine Angst spüren, ohne dass nicht etwas passiert ist, was uns Angst macht. Das Kuriose in der Zwangsstörung aber ist, dass diese Gründe, die dann Patienten nennen für ihre Angst, für ihre Unsicherheit, für den Ekel, für die Schuld, Scham, was auch immer dahinter steckt, keine wirklichen echten Gründe sind. Und das bemerkt man meistens daran, dass die Welt außenrum einen selbst nicht versteht, dass keiner verstehen kann, warum der Lichtschalter da so gefährlich sein soll, warum die Berührung von irgendetwas so viel Ekel auslöst. Also gerade dann, wenn man als Zwangspatient so heftige Gefühle in so belanglose Dinge reininterpretiert und man von niemand anderem mehr verstanden wird, dann bemerkt man oder darf man bemerken, dass die Gründe, die man auf diese Gefühle münzt, nicht die wirklichen Gründe sind. In Wirklichkeit kommen die Gefühle aus verdrängten Kindheitserinnerungen. Das bedeutet, dass jemand, der eine Zwangsstörung hat, irgendwo in seiner Kindheit ein Problem hatte, das er nicht gelöst bekommen hat. Wenn er es gelöst hätte, wäre es kein Problem mehr. Und gerade in der Kindheit ist es nicht immer so einfach, jedes Problem zu lösen, weil wir ja auch eine gewisse Abhängigkeit haben von unseren Eltern. Und manchmal müssen wir Dinge einfach runterschlucken und müssen einfach Dinge akzeptieren. Wir haben noch nicht die Kraft, wir haben noch nicht das Wissen, uns fehlen noch wichtige Ressourcen, um Dinge selber lösen zu können. Und somit sind es meistens Konflikte aus dem Elternhaus oder mit Opa, Oma, also mit nahestehenden, erwachsenen Menschen, die wir nicht lösen konnten und die aber trotzdem Gefühle von Ungerechtigkeit, von Angst, von Schuld, von Ekel oder von Unsicherheit beinhalten. Es ist nicht so, dass die Konflikte dann irgendwann gelöscht werden, weil man sagt, nach zehn Jahren macht man unser Gehirn so einen Frühjahrsputz, sondern uns bleiben natürlich diese Gefühle erhalten, auch wenn wir sie lange Zeit nicht spüren, weil wir die Erinnerungen daran gut verdrängt hatten. Wenn wir jetzt davon reden, wie schnell kann ich denn eine Zwangsstörung auflösen, dann reden wir davon, wie schnell kann es der Patient zulassen, den verdrängten Konflikt, an dem er diese Gefühle zum ersten Mal sich gemacht hat, wieder ins Bewusstsein zurückzuholen. Das wiederum hängt davon ab, was das Thema in dem Konflikt ist. Ich habe diese Themen in drei Klassen unterteilt. Da habe ich auch mein Buch reingeschrieben. Und die erste Klasse, da hat sich auch mein Sohn darin befunden, die kann man ziemlich schnell auflösen. Die erste Klasse habe ich genannt, Alltagsgeschichten, die vom Kind falsch gedeutet werden. Was bedeutet das jetzt? Vielleicht kennst du die Geschichte von meinem Sohn. Ich möchte sie trotzdem noch mal kurz hier erwähnen, falls du vielleicht noch nichts davon gehört hast. Bei meinem Sohn gab es einen Konflikt in der Kindheit, wie er sechs Jahre alt war. Und zwar war er in unserem Garten im Sandkasten gesessen und hatte in einem Förmchen so einen Bärenmus gemacht mit roten Bären. Meine Frau hat es gesehen, hat gesehen, dass er so einen roten Rand um den Mund hatte und hatte gedacht, dass diese Bären von unserem Eibenbusch stammen. Und Eibenbären sind giftig und hatte deshalb sehr panisch reagiert. Ist also hin zu meinem Sohn, hat ihn am Arm gepackt, hat dieses Förmchen weggeworfen, hat gesagt, nee, das ist giftig, also mit ganz panischem Gesicht auf diese Situation reagiert. Mein Sohn wusste ja in dem Moment noch gar nicht, was giftig ist oder was jetzt hier falsch gelaufen ist. Und letztendlich stellte sich auch heraus, dass das gar keine Eibenbären waren, sondern Johannisbären von meinem Vater, der unterhalb von uns wohnt und deshalb überhaupt keine Gefahr bestand. Trotzdem gab es natürlich jetzt in der Erinnerung von meinem Sohn dieses Erlebnis. Und auf dieses Erlebnis musste er natürlich irgendwie reagieren. Es gab ja danach kein Gespräch, das aufklärte, was giftig ist oder was da überhaupt passiert ist. Sondern er hatte nur ein Erlebnis, das sich zuerst sehr, sehr, ich sage jetzt mal, chillig angefühlt hat, also ruhig, gelassen, schön, das aber von einer Sekunde auf die andere in ein wirklich panisches Gefühl geführt hat. Aber das hat er nicht selber erfunden, sondern er hat es in den Augen, im Gesicht meiner Frau gesehen. Und das war auch das Bild, was er letztendlich dann auch kommentiert hat, dass er erzählt hat, dass ihm dieses Gesicht Angst macht, Panik auslöst, weil er es nicht deuten konnte. Später war es dann so, nachdem er diese Erinnerung verdrängt war, dass er nur diese Angst, diese Unsicherheit spürte und natürlich auch nicht wusste, wie er denn jetzt in Zukunft feststellen könnte, dass etwas sehr gefährlich ist, was vielleicht vorher sehr spielerisch leicht und sich großartig anfühlt. Das ist so eine typische Alltagsgeschichte, die von Kindern falsch gedeutet wird, wo ich in Klasse 1 eingeordnet habe. Denn letztendlich ist ja hier nichts Schlimmes passiert und auch wenn er das sich ins Bewusstsein zurückholt, ändert das ja nichts irgendwie daran, dass seine Mutter in irgendeiner Weise schlecht ist oder irgendwie böse ist oder sonst etwas, sondern es waren einfach die Verkettungen verschiedener Umstände, die zu diesem Problem geführt haben. Hier rein fallen viele Dinge, zum Beispiel habe ich auch ganz oft, dass man im Brotkasten liegt und irgendwie glaubt, dass man nicht geliebt ist oder dass die Mama nicht mehr kommt oder vielleicht ein frühzeitiger Krankenhausaufenthalt, Todesfälle, Unfälle, Trennung der Eltern, also irgendetwas, was so spontan das Leben verändert und aber wenn man es danach anschaut, bemerkt, dass es im Grunde keiner Böse mit einem gemeint hat. Auch ein Krankenhausaufenthalt, was ich öfter mal habe, dass jemand vielleicht was verschluckt hat und es muss alles sehr schnell gehen, es ist sehr viel Panik und vielleicht Notarzt, dass aber letztendlich das Ganze ja nicht dazu da ist, um dem Kind zu schaden, die Untersuchungen oder die Geschwindigkeit oder die Panik, die da auch im Raum herrscht. Wenn sich das dann rausstellt, dann bemerkt man ja auch, es hat jetzt keine Auswirkung auf das spätere Leben, dass jetzt irgendwie da jemand etwas Böses von einem wollte oder böse Absichten hatte. Klar, wenn ein Kind im Brotkasten liegt, das hat ja auch schon eine Wahrnehmung und vielleicht die Mutter vermisst und vielleicht dann glaubt, dass sie gar nicht mehr kommt, dann hat es vielleicht später ein Problem oder auch eine Angst, die es dann in irgendeinem Zwang einbaut. Aber letztendlich stellt sich ja dann auch heraus, dass das Ganze ja, wie gesagt, einen positiven Hintergrund hatte. Es wollte niemand etwas Schlimmes, sondern es diente dem Kind. Und wenn man das natürlich weiß oder fühlt oder erkennt, dann ist es überhaupt kein Thema, auch heute ganz offen darüber zu sprechen. Anders ist das schon bei Klasse 2 Themen, Gewalt und Streit in der Kindheit. Also das sind so Themen, wenn es darum geht, dass die Eltern vielleicht oft gestritten haben und die Kinder oder das Kind das mitbekommen hat, wenn Gewalt in der Ehe war oder auch Gewalt gegen das Kind, das sind natürlich schon andere Dinge, die man nicht gerne so nochmal anschaut. Trotzdem ist es in der Regel so, dass Betroffenen das noch bewusst ist, dass die Kindheit nicht von Liebe und Zuneigung geprägt war, sondern von Gewalt. Dass die Eltern oft gestritten haben oder dass auch die Eltern sich geschlagen haben oder dass man selbst vielleicht auch irgendwie mit involviert war mit Gewalt oder sonst etwas. Es ist oft schon auch verdrängt, so die Einzelheiten, aber es ist trotzdem einem bewusst, dass die Kindheit nicht so toll war. Also hier tut man sich schon ein kleines bisschen schwerer, dorthin zu kommen, aber es ist nicht so überraschend, dass man sagt, wenn man das sieht, es überrascht mich, dass da jetzt eine Gewalt da war, sondern es ist eigentlich schon bekannt, dass vielleicht der Vater getrunken hat oder dass da vieles vorgefallen ist. Ja und am schwierigsten, wieder etwas ins Bewusstsein zurückzuholen, ist es dann, wenn es die Klasse 3 betrifft, Zwänge trotz scheinbar heiliger Kindheit, habe ich das genannt. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, es war alles in Ordnung in der Kindheit, ich hatte eine tolle Kindheit, aber trotzdem haben sie extreme Zwänge, dann weiß man von vornherein schon, dass da etwas sehr, sehr verdrängt sein muss und dass man sich irgendwo selber belügen musste, um das Ganze auch durchzustehen. Leider haben die Themen in dieser Klasse 3 meist mit sexuellem Missbrauch zu tun. Denn Sexualität ist natürlich auch im Erwachsenenalter noch etwas Geheimnisvolles, etwas Intimes, über das man nicht redet. Und als Kind ist es noch extremer, denn es gehört nicht in diese Zeit. Man ist noch nicht bereit dazu. Erst die Pubertät öffnet den Weg in die Sexualität. Und meist ist es natürlich so, dass die Sexualität von jemand ausgeht, also diese Übergriffe, der genau weiß, was er macht, also von einem Erwachsenen zum Kind, das gar nicht weiß, was da passiert. Und wenn es dann noch um eine Person geht, die einem sehr nahe steht, der Vater, der Bruder, der Onkel, der Opa, der vielleicht auch noch total korrekt ist, außerhalb von dem, was da passiert, dann ist es sehr schwierig für ein Kind einzuordnen, wie dieser Mensch jetzt zu einem ist oder was da überhaupt passiert. Oft ist es auch so, dass das Kind dann schon Erregung spürt und damit nichts anfangen kann, also gar nicht weiß, wie es das einordnen soll, weil eigentlich das, was da passiert, doch eklig ist oder unangenehm ist. Es gibt selten, oder ich glaube, es gibt kein anderes Thema, was so viele Fragen aufwirft und so viele verschiedene Gefühle hervorbringt, wie Sexualität in der Kindheit. Scham, Schuld, Ekel, Angst, Hilflosigkeit, Unsicherheit, also ganz viele Gefühle, die das Kind nicht zuordnen kann. Und was natürlich noch dazu kommt, aufgrund der Scham oder auch, dass der Erwachsene sagt, dass das Kind nichts erzählen darf, kann das Kind auch diese Fragen nicht beantwortet bekommen. Ja, es kann sie sich selbst nur beantworten und diese Antworten sind meistens verkehrt. Wenn ein sechsjähriges Kind die Frage beantworten soll, was da gerade passiert ist, kommt meistens Schuld, Scham heraus und es geht meistens auf Kosten des Kindes. Also Klasse 3 ist echt schwierig, das wirklich zuzulassen, weil, und es kommt auch noch was Wichtiges, weil wenn es denn dann auch wirklich zurück ins Bewusstsein kommt, ist es ja meistens noch so ist, dass man mit diesen Menschen ja aktuell noch zusammenlebt. Also wenn man dann erkennt, dass der Vater so etwas getan hat, dann muss man ja auch Konsequenzen in seinem Leben irgendwie treffen. Ja, und das macht es dann noch mal schwieriger, das Ganze zu glauben oder überhaupt bewusst werden zu lassen. Also Klasse 3 Dinge, das weiß ich schon von vornherein, dass es da immer schwieriger wird und natürlich nicht so wie bei meinem Sohn, wo man das auflöst und dann ist der Käse gegessen, sag ich jetzt mal, es bei Klasse 3 Sachen oft neue Fragen gibt und auch schwierig ist, das dann zu glauben oder auch dann konsequent vielleicht dann irgendeinen Weg zu gehen, wenn man das jetzt weiß, mit den Personen, die da vielleicht mit beteiligt waren. Man muss überlegen, dass man dann auf einmal zwei Bilder hat von der Person, der geliebte Opa, der alles für einen gemacht hat und dann dieses Bild mit der Sexualität, wo man sich ekelt, wo man den Opa eigentlich nicht mag und das dann unter einen Hut zu bringen, ist für viele sehr schwierig. Trotzdem gibt es bei einer Heilung keine Alternativen. Wenn ich wirklich frei sein möchte, dann muss ich das, was ich als Kind nicht regeln konnte, als Erwachsener regeln, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, wie bei Klasse 1 oder 2. Auch die Klasse 3 Probleme brauchen natürlich eine Lösung, brauchen eine Neubewertung als erwachsene Person, denn letztendlich hat natürlich jeder verdient, frei zu sein, auch wenn vielleicht in der Vergangenheit etwas passiert ist, was sehr unschön war oder was auch mit der Familie zu tun hat. Es ist dann wirklich eine Entscheidung, zu sagen, möchte ich jetzt mit diesen Gefühlen, mit diesem Ekel, was oft da stattfindet, weiterleben, möchte ich weiterhin im Zwang leben oder möchte ich mal reinen Tisch machen, was natürlich auch aufwühlend ist, aber dann danach ein freies und leichtes Leben führen. Weil die Diskrepanz, die Menschen ja haben, ist ja, dass der ganze Körper weiß, dass das in einem drin ist, also wir können ja nicht nicht wahrnehmen, also der Körper sagt ja, ich habe was gesehen, ich habe was gehört, geschmeckt oder auf der Haut gespürt und wenn wir das leugnen und das machen wir dann im Zwang, weil wir die Gefühle, die Realität sind, also das ist ja da, diese Angst, die Unsicherheit, der Ekel, was auch immer und wenn wir versuchen, gegen den zu kämpfen, dann kämpfen wir gegen uns selbst, wir leugnen unserer Realität in uns drin und dann kann ja keine Ruhe einkehren. Also, egal ob Klasse 1, 2 oder 3, alle Gefühle haben einen Grund und wollen natürlich gesehen werden, wollen aufgelöst werden, damit Ruhe einkehrt und auch die Zwangsstörung dann auch aufgelöst ist. Wir können somit festhalten, auf die Frage, kann man eine Zwangsstörung in 20 Minuten heilen, sage ich ganz klar, ja. Denn der Prozess der Heilung, der geht ja ziemlich schnell. Bei meinem Sohn war es ein Moment aus der Klasse 1, also ein Moment, wo bei seinem Bewusstwerden keine neuen Fragen entstanden sind, wo kein Erwachsener, keine ihm nahestehende Person auf einmal ein anderes Gesicht bekommt, sondern es war für ihn einfach eine Feststellung, eine Auflösung, wo im Endeffekt keine negativen Konsequenzen mehr für ihn hatten. Wenn sowas ist, habe ich auch schon oft erlebt, nicht in 20 Minuten, aber in einer Sitzung oder vielleicht in drei Sitzungen, also wenn man sowas hat, hat man gute Chancen, dass die Zwangsstörung sehr schnell aufgelöst ist. Bei der Klasse 2 weiß ich aus Erfahrung, da dauert es ein bisschen länger, weil wenn da Gewalt in der Kindheit war, ist es ja meistens so, dass das nicht nur ein Moment war, sondern dass ich das durch die ganze Kindheit durchziehe, diese Unsicherheit. Das heißt nicht, dass man da alles auflösen muss, was da passiert ist, aber es ist natürlich so, dass man hier selten Sicherheit in der Kindheit gespürt hat, wenn man die ganze Zeit mit Personen zu tun hatte, die Unsicherheit ausstrahlten, weil man nicht wusste, wann trinkt er wieder Alkohol oder wann schlägt er wieder, wann rastet er wieder aus. Das sind natürlich große Unsicherheitsfaktoren, die sich bis im Endeffekt in die Pubertät oder zum Auszug des Kindes dann irgendwann oder des jungen Erwachsenen sich durchziehen. Bei der dritten Klasse ist es ganz klar, also wenn jemand kommt mit Waschzwängen zu mir, weiß ich schon, das ist eine Aufgabe. Ich weiß von vornherein schon, dass es in der Regel, wenn ich dann höre, ist alles in Ordnung, dass es natürlich sehr schwierig ist, erst mal auch zuzulassen, selbstreflektiert zuzulassen, dass es eben nicht so ist. Klar ist aber auch, dass die Person das wirklich glaubt und es auch keine andere Möglichkeit gab in der Kindheit, mit diesen Sachen zu leben, wenn man es nicht verdrängt, wenn man sich nicht eine heile Welt aufbaut und wirklich diesen Teil, wo vielleicht öfter so Sachen passiert sind, wirklich wegdrückt. Auch hier ist es wieder wichtig, wenn das einmal passiert, vielleicht auch mit einer fremden Person im Bereich Sexualität, kann man das wesentlich schneller anschauen und loslassen, als wenn das öfter passiert ist im Rahmen von Menschen, die einem sehr nahe stehen. Deswegen nochmal auch zum Anfang zurückzukehren. Nicht überall, wo Zwangsstörung draufsteht, ist Zwangsstörung drin. Also ich sage jetzt mal, man kann eine Zwangsstörung nicht mit einer anderen Zwangsstörung vergleichen. Man kann nicht sagen, ich habe einen Waschzwang und für den Waschzwang brauche ich jetzt sechs Sitzungen, um eine Heilung herbeizuführen. Sondern es geht darum, dass man nie weiß, was einer Person letztendlich passiert ist, welche Konflikte sie erlebt hat, die dann zu einem Waschzwang führen. Denn wenn eine Person ein Erlebnis hat mit Sexualität, mit Ekel, dann reicht es schon aus, dass man später sich ekelt und ständig die Hände wascht. Es kann aber auch sein, wenn das jetzt zwischenmenschlich ist mit dem Vater und es sehr oft passiert ist und das wesentlich schwieriger ist, zurückzuholen, anzuschauen, dass trotzdem am Ende nur dieses Waschen steht. Also das einfach fürs Verständnis. Es geht nie darum, zu sagen, der hat einen Waschzwang, F41-2, keine Ahnung, war jetzt freigeraten. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie das genau betitelt wird von der Schulmedizin. Sondern es geht wirklich darum, individuell zu schauen, was sind die Gründe. Und diese Gründe machen dann die Behandlung, die Therapie länger oder kürzer. Trotzdem, sei es noch einmal gesagt, ist die Auflösung von so etwas immer gleich. Der Prozess der Auflösung, also der Heilung, indem man dann Coaching-Tools anwendet, die ich auch in meinem Buch und dann auch in meinem Video-Seminar genau beschreibe, die sind immer gleich. und die wird man, egal was auch passiert ist, darauf anwenden. Es ist halt nur die Frage dann, wie gesagt, wie lange brauche ich, um das, was ich erlebt habe, ins Bewusstsein zu holen, um dann mit diesen Tools daran zu arbeiten. Diese Tools wirken immer und die wirken, egal was passiert ist, und die wirken immer gleich schnell. Aber ich brauche halt das Ganze erst mal auf dem Tablett oder besser gesagt, auf so einer Pinwand, wo ich ein bisschen zurücktrete und mir das erst mal anschaue, was ich da erlebt habe, um dann damit arbeiten zu können. Und das ist der größte und wichtigste Schritt. Dieses Zurückholen, Bewusstwerden ist auch der anstrengendste Schritt, aber der einzige Schritt für eine wirkliche Heilung. Gut, ich hoffe, ich konnte dir heute mal wieder ein paar Fragen beantworten. Wie gesagt, jeden Donnerstag versuche ich jetzt, ein Podcast hier hochzuladen und ich würde mich freuen, wenn du immer dabei bist, wenn du wieder reinhörst beim nächsten Mal und falls es mal nicht so regelmäßig klappen sollte, werde ich dir aber rechtzeitig Bescheid sagen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Untertitelung des ZDF,